hallo freunde sky youtube shorts willkommen zurück in brasilien mit dem training mit ein kamel und mit dem quali fein und nicht mit dem training ach mein gott ich merke das schon so dann gibt mir mal das tefel hier in mein freund ich sollte mir vielleicht auch mal schmerztablette oder es wird noch schlimmer ich glaube ich könnte jetzt auch mal raus nicht so lange warten vielleicht habe ich ja glück und auch keinen vor mir oh ja sie gut aus sehr wollen das timing ist ja perfekte mundo oh ganz knapp am wagenlosen vorbeigeeiert ho 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 der wochen a 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 ab padres die kurve zu spät angebremst läuft noch aber ist dann hinter mir geblieben keine ahnung warum dazu ist aber dann ist das so entweder hat er keinen bock gehabt dass er dann wie crash oder er sein sein haas ist halt nicht der schnellste So, jetzt zählt's, ab auf die lange gerade Ach, ich schwör' dir, ey, dieses Auto will mich echt ärgern Geh, ey, alter Wusa, Käpt'n Toni Na, geht doch Boah, sowas von klar, dass der das macht Jo, soll ich auch sonst machen Vor allem gleich, wenn's ins Regenrennen geht, muss ja alles so ein bisschen, ne Na komm schon Fahr' jetzt langsam mal durchs Ziel, und, 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 und Jawoll Mal, guck, ist doch super Boxen-Stop Oh, die Reifen sind fertig, ey Ja, wenn du Glück hast, brauchst du die ja gleich nicht mehr Das gibt's da nicht Boxen-Stop Der Arsch mit 1,12, ey, Mann Äh, das war ja abzusehen, alter Und da käme ich noch nicht, das ist halt so ne Das ist so ne Gassau, ist das, ey Oh, dieses hier, dieses, merkt ihr das, dieses hin und her Das mit nem Controller, das ist echt grausam irgendwie Ich hasse das Du kannst dich so schön gespeitisch langsam einlenken Du hast dieses, dieses Gefühl nicht für nen Controller Also ich nicht zumindest Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Ja, ich weiß, Jeff, ich fahr ja schon rein Halt die Klappe, Mann Boah, ey Ich muss auch mit den letzten Tropfen ins Ziel Alles klar, das ist voll die dumme Sandra ist dann, ey Egal, Zeiten sind einigermaßen gut, würde ich hoffen Mein Tun Oh ja, auf jeden Fall Berg hoch schleppt sich das aber ganz schön, ey Cool, ich komme doch noch mit Benzin ins Ziel Äh, in die Box Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Da kommt er Komm, den Spaß erlaube ich mir noch Der Spaß nehm ich noch mit Der ist aktiviert, bringt mir das auch nicht so sehr Mein Tank ist jetzt eh leer, von daher alles gut Kann der Virus-Mix warten, muss ich nie warten Ja, kommt Ferrari-Kuh es hat man zu schwitzen aber ich habe jetzt letztes mal so formel 1 ein paar alte videos angeguckt war der auf facebook so von 2008 und so alter was die 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 nicht nur ferrari wird jetzt sagen die formel 1 poliden hier für einen geilen zaut noch hatten so richtig schön schrill und laut und jetzt hast du diese elektro scheiße und diese enorm kacke da weil sie ozonscheiß und so was es kommt da haben die nicht mehr diese sie diesen fetten klang damals war das ist eigentlich schade das vermisse ich diesen sound der ist sogar früher waren das halt noch v12 v10 v8 je nachdem das jetzt halt so noch v6 mit elektromotor dabei das war noch nichts richtig geil so dann gucken wir doch mal nein ich will nicht raus nein 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 ich wollte gar nicht raus ich wollte ich wollte auf x ins menü dritten und dann drücke ich unten auf grün und dann auf blau und dann kann es ja eine runde fahren und wieder reinfahren ist ja kein ding ich gucke ich denn jetzt mal zu westen draußen in der garage in der garage ja nicht zu gucken aber ganz ganz geschmeidig ganz sanft fahren naja klar nichts kaputt machen diesmal die reif dann können wir die beim nächsten rennen nochmal nehmen schauen wir doch mal was der okon hier macht ich war aber knapp an den 1 12 drange 1 13 182 ist eine gute nummer da kann man echt nicht motzen hast du echt noch gut hingekriegt mit acht und krach aber besser als gar nicht da kommt der okon angeheizt mal gucken wie jetzt fährt eine box lol das war ja mal eine sauerei auch sonst keiner draußen außer der hat dann ja die fahrer jetzt bestimmt gleich alle noch mal raus und haben die alle keine lust mehr so gut der bot das musste der bot das ist noch nicht gefahren der fährt jetzt erst alles klar dann gucke ich den bot aus zu so position 1 13 1 12 louis hamilton 1 14 und der rest dann ja guck war uns gut abgesetzt aber guck mal der der mit war auch nah dran an 1 13 ja und der bot das kommt ja jetzt noch wollen müssen wir das mal nicht vergessen ja dann wird nochmal voll sieben autos acht autos auf der strecke neun autos auf der strecke zehn autos der perris fährt gerade raus das natürlich jetzt für den bot das scheiße jetzt hat er natürlich die ganzen hornsmorgels voller nase und wir ihn nicht hoffentlich wenn der scheiß zeit fährt es auch da weiter unten platziert obwohl es geht er hat noch noch platz nach vorne viele von denen werden es aber nicht mehr schaffen auch die sind cool hier So, jetzt gibt noch mal Gas auf den Geraden. Und was kommt bei rum? Wow. 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 Hat er nicht gemacht. 1, 14, 31. Hat er den Hamilton noch mal... Das ist auch vorbei. Dann schauen wir doch mal. Zweimal Ferrari, zweimal Mercedes, zweimal Red Bull und zweimal Force India. Loll, läuft ja wieder. Mann, ey. Gut, okay, alles klar. Dann sehen wir uns gleich im Rennen wieder. Macht's gut. Alles klar, bis zum nächsten Tag. Jo, Brasilien. Tschö, mit für Ö. Ach, vergehen Sie, tschau. Tschö. 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 Tschüt.